Wir sind jetzt in der Leverkusenstraße in Schroppau. Also gefällt mir sehr gut, muss man ehrlich sagen. Ruhig, nette Häuschen, wahrscheinlich ehemalige Werksiedlung. Schön renoviert. Die einen hier fast im Bergischen Dreiklang, schwarz, weiß, grün. Die anderen mit roten Dachziegeln und roten Fensterläden, manche auch mit Rollläden. Also hier würde ich auch gerne wohnen. Die anderen mit roten Dachziegeln und roten Dachziegeln und roten Dachziegeln.